Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausbeute vom neuen Stall, vom Rätselstall Wolfram. Mit dabei ist mein Bruder. Hallöchen! Ja, wir sehen hier ein Nashonke hier. Ja, das Paket wurde gekauft vom lieben Markus. Auch dieser Account ist von ihm. Dann hoffen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben als in der ersten Ausbeute, oder? Ja, war schon echt sehr enttäuschend. Es waren ja immerhin 600 Tulpgrüden, die man da reingeballert hat. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Elefantengehege orange und ein Ameisen. Und da kommt wenigstens mal ein Ameisenbärgehege raus. Hat man ja bei der anderen Ausbeute nicht. Ja, wir sehen hier, es sind ein bisschen mehr Tiere jetzt freigeschaltet. Und hier haben wir ein Elefantengehege orange, ähm, rot meine ich. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Schaut irgendwie cool aus. Hab ich auch auf meiner Hauptfarm. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hab. Hat man bei mir weg. Barmer weiß ich gar nicht, die Stelle. Mit den ganzen Upgrades da. Es juckt mich da irgendwie nicht so. Flamingo-Gegehege hat man vorher auch kein einziges Mal. Fängt auf jeden Fall schon mal besser. Es muss auf jeden Fall eine Giraffe an Nahrson dabei sein. Oh, da kommt der Erste. Hoffe einfach, dass jetzt mal ein bisschen Glück dabei ist. Schon drei Elefantengehege. Oh, ein Affengehege rot, auch nicht schlecht. Nochmal Flamingo-Gege. Vielleicht kommt da sogar ein pinkes Upgrade raus. Wer weiß, wer weiß. Das wäre ja auch nicht schlecht. Das ist ein Elefanten-Pink. Uh, da haben wir ihn. Den ersten Nashorn-Gegehege, den wir haben bekommen. Da würde er sich auf jeden Fall freuen, du. Der schaut schon echt saugeil aus. Vor allem mit dem Holster da oben. Ja. Der nächste Tickischer wird auf jeden Fall zwei gelaufen. Auf einen Schlag. Äh, das nächste Tier für Bahamarama wird auf jeden Fall das Zebra sein. Ich denke mal, dass ein Update kommen wird für den Tempel. Und dass man das dann dort eben freischalten kann. Oder eben durch Ach, schon wieder! Und ein Krokodil-Gege. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon ein besserer Start. Oh, aber deutlich besser. Und wir haben jetzt noch ein paar für euch. Ich glaube, durch dieses Paket hat man ja auch eine, ich glaube, 15% höhere Chance auf bessere Stelle oder so. Oder war das nur bei den Rätselbäumen? Weiß ich nicht. Ja, da wird demnächst auch mal wieder ein Video kommen, wenn die neuen Rätselbäume rauskommen. Auf jeden Fall. Da würde ich mir wahrscheinlich wieder ein paar holen. Jetzt kommen keine Papageien mehr raus, sondern ein Elefanten-Kiegerosch. Ach, super. Aber ein Affen-Kiegerosch ist noch nicht gekommen. Das kommt bei uns immer raus. Uh, da ist der zweite Nashorn. Und bei dem anderen, da kann er bis 600 Tulkeln und da... 350, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie das Paket kostet. Also es kostet auch... Ah, ich glaube, es kostet 630. Ich bin auf jeden Fall glücklich gerade, dass es jetzt schon besser läuft als vorhin. Nur noch sechs Stück. Oh, da ist ja der erste Affen-Kiegerosch. Ich hoffe, es kommt noch mal... Die Orschen-Upgrades sind gut für den Express. Ja. Noch mal ein Elefanten-Kiegerosch. Das fällt mir irgendwie schon cool aus. Schaut schon cool aus. Ist der neueste Stall von den Normalen. Sag mal, hat der diese Animation da ausgestellt bei dem Account? Wahrscheinlich. Uh, ja, mein Nilfick gehegt das erste. Roter Pandas? Noch nicht rauskommen. Gibt's ja gar nicht. Tiger? Auch noch nicht. Und Axel Lottl? Auch nicht. Aber Nashorn wäre jetzt nicht... Ja, super. Ich habe gerade gedacht, was ist das jetzt? Aber es ist nur ein Gelb. Nashorn wäre cool, oder? Ja. Noch mal zum Schluss. Das ist auf jeden Fall schon besser gelaufen. Und hier haben wir noch mal ein Nilfick-Gehege. Aber wir haben hier auf jeden Fall zweimal Nashorn. Dreimal Giraffe. Da wieder auf jeden Fall... Gleich zwei auf einmal. Da wird er auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Ich hoffe, ihr hattet auch Glück, wenn ihr euch welche geholt habt. Der ist auf jeden Fall auch gut. Der auch. Ameisenbärhammer. Krokodien nur einen. Zweimal Flamingo. Tu mal die... No. No. Ah, das ist ein Affen. Das kann man auch wegzunehmen. No. No. Das ist eigentlich so das Gute. Da ist schon einiges dabei. Zweimal Nilfährt. Leider kein Axel Lottl. Aber dafür ein Krokodil. Ja, auf jeden Fall. Tausendmal besser für die erste. Ja. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. 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 Vielen Dank.